Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Shellshock Live zusammen mit Wintercracker. Bewertet im Part und viel Spaß. So Leute, wie gerade schon mal in Vergangenheit, als ich meinte, spielen wir jetzt mit Wintercracker und noch ein paar anderen Leuten. Ja. Gegen vier Gegner. Alter, wenn du jetzt ein Feuerwerk hast oder irgendwas, was... Oh, ich hätte Travelers. Hm, hab ich mal gucken. Oh, ich hab Feuerwerk. Static war stark, oder? Ja, ich glaub auch. Okay, dann mach ich das. Ich hab auch Magneten. Warte mal. Nee, Magneten, nein. Nein, nein. Static! Ja! Komm, 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 komm. Oh ja, danke. Es ist nicht weitergegangen. Sag mal, wie nah müssen die denn dafür sein? Oh, ich hab nicht so viel Schaden gemacht. Oh ja, das war echt... Oh, das steht perfekt. Weil deins wieder weggebackt ist. Ja? Ja, wenn du Feuerwerk an eine Kante, irgendwie in einem Berg oder so machst, da kann es sein, dass es komplett wegbackt. Ja, der kommt im Normalfall. Und bei diesen zwei oder so verstanden. Genau, der kommt... Ja. Wow. Alter. Okay. Halbtot? Obwohl. Nee, ich mach mir nicht auf. Oh, ich mach mir nicht auf. Oh, ich mach mir nicht auf. Ja. Komm. Nein! Nein! Ja! Ja! Ich hab ihn gekillt. Ich hab mit einem getroffen. Wow. So, auf geht. Weißt du noch irgendwas geiles? Komm, ich hätte noch Magneten. Oh, geil. Okay, ciao Magneten. Hä? Wie schnell ist das denn jetzt passiert? Oh Mann. War ich noch full life? Ich glaub schon. Ja! Was? Hä? Jetzt hab ich umgeschaltet. Oh, Pinpoint trifft vielleicht. Nee. Nee. Nein! Oh Gott! Und dann war es noch so knapp. Was hab ich überhaupt bekommen? Teleport. Ja. Was? Ich glaub, ich tötet jetzt den Sanatarius. Ja, würd ich auch machen. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Finde ich. Hm. Ich glaub, wir liegen im Spuren von dem Leben her. Nee. Ja, doch. Okay, wir haben ja Rüstung. Oh nein. Oh nein. Was? Wie? Ach. Wie krass kritten die denn noch? Dann bekommst du einen Pixel ab. Und ich nehm vielleicht den Teleport. Komm schon. Ja. Ja. Hä? Ach da. Nein! Das hat aber auch echt niemand getroffen. Außer dir. Ah ja. Nice. Cool. Ich hab nur 80 Leben. Das geht bestimmt klar. Und die haben auch noch Doppel-Damage. Aber den können die nicht auf dich machen. Nee, nee. Bei mir nicht. Ähm. Stimmt, das könnte dazu führen, dass ich überlebe. 160 Schaden? Okay. Ey, was stimmt nicht mit euch? Was ist denn falsch bei euch? Und alle anderen Gegner haben nicht getroffen? Ach so. Ja, stimmt. Kommt noch dazu. Oh. Ja, ui. Ui. Und beide gehen drauf. Ja, geil. Das ist so verloren. Sieben Schaden. Selbst mit einer Sniper. Selbst mit vier Sniper-Schüssen. Der eine Typ hat noch ein HP. Ja. Hat sich wohl auch erledigt. Aber der eine hat vier. Oh. Ja. Wenn er da jetzt irgendwas Starkes hat. Travelers. So eine richtige Hammerwaffe. Oder eine Python oder so. Komm schon. Komm schon. Python. Travelers. Oder Atombombe. Ja. Nice. Oder er trifft es nicht mal und macht den Mordado. So. Wie viel? 30. Ey. Geil. Die Runde hat er gewonnen. Aber wenn er es jetzt... Ja, okay. Er wird es wahrscheinlich überleben. Und dann kann er beide zeitgleich treffen. Aber es bringt ihm nichts. Ja, gut. Aber er wird die nicht totkriegen. Oh, Leute. Ja. Nur mal ein Crit. Einmal getroffen und dann crittet es. Schieß jetzt bitte nicht einfach nur straight auf das Paket. Wow. Alter. Immerhin. Immerhin. Ich glaube, das war nicht geplant. Ich glaube auch nicht. Genau dazwischen. Und das ist schon einer der breitesten Schüsse. Ja. Schon wieder nicht. Das zweite Mal jetzt. Hallo. Hä? Du hast doch andere Sachen. Da liegen auch überall Waffen vor. Ja, eben. Eben. Oh Gott. Okay. Jetzt bewegt dich bitte. Kann er sich nicht bewegen? Er kommt da nicht. Ja, er kommt da nicht hoch. Sag mal, was für ein Level hat der? 36. 36. Aber vielleicht hat er keine Punkte in Farbe gepackt. Wahrscheinlich. Hey. Oh geil. Ja, ja, ja. Komm, komm. Ach, sehr schön. Wie auch jeder irgendwie Waffen gedroppt hat. Ja. Aber die Gegner treffen auch nicht gut. Alle treffen richtig kacke einfach nur. So, komm schon. Komm, Doppel-Damage. Nicht das Paket. Ja. Was haben wir denn da für ein? Was ist denn das? Oh, lol. Oh, nein. Ach, das wäre so stark gewesen. Aber da musst du ja. Also, das Item zu bekommen und dann sind beide Gegner auf einem Berg. Oh, ich glaube, wir gewinnen noch. Ja, ich glaube auch. Ja, das war echt knapp. Und nach dieser richtig spaßigen Runde eine Rebound-Runde. Ach, Mann. Geil. Ist nicht gut, ne? Doch. Ja? Meinst du, du triffst mich? Ich triff dich locker. Okay. Triff ich so? Ich weiß, du bist so ganz, ganz gut. Oh. Das ist nicht wahr. Ich dachte, das ist nicht wahr. Oh mein Gott. Ja. Zumindest R32. Okay. Mist. Ja. Ein Crit. Oh, du hast aber auch. Oh, shit. Ja, ich habe viel weniger Fahrern gemacht. Okay, den, hä? Also, den treffe ich nicht, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Aber, pass mal auf. Okay. Ich gucke hin. Treffe ich mich damit selber? Ich sende Winkel. Ich verstehe den Winkel nicht. Ich habe schon verkackt. Ah, viel. Hallo. Das war sogar zu stark. Oh, wow. Schon wieder streamen. Ja, ganz magiert. Und zehn Armor. Ja. Ich glaube, das geht. Komm. Nein. Nein. Bitte. Herz der Karten. Nein. Triff dich selber. Nein, nein, nein. Mein Traveler ist weg. Schau. Aber ein schöner Stunt. Ja. Ich müsste treffen. Würde ich jetzt schätzen. Ja, ich glaube ich auch. Oder nicht. Ja, doch. Klar. Nein. Wow. Da habe ich mich nur ganz, ganz leicht verschätzt. Hä? Oh shit. Nee, ich stehe richtig kacke. Nein, warum habe ich mich da hingestellt? Hä? Das ist doch gut. Nee, du kannst doch einfach gegen die Kugel ballern und dann fertig. Boah. Was zur Hölle? Wenn dir einer mitgekommen. Hey, ich bin ein bisschen unten. Nice. Ja, genau. Und Armor. Okay. Oh wow. Fünf Armor. Ja, das war so richtig gemein. So voll spät. Geht das ins Portal und dann drauf und dann auf mich? Oh scheiße, was mache ich denn so? Oh lol. Nein. Ja. Nein. Oh, schade. Ich konnte mich nicht entscheiden, wie ich baller. So mache ich den ultimativen Trickshot? Glaube schon. Komm, ich ballere einfach gegen. Ich habe jetzt auf ihn wo hingeballert. Oh, guter Start. Ich mache Travelers drauf. Es können beide treffen. So, ich müsste jetzt. Ich mache 70. 78. So wenig? Hä? Oh nein, ist das wieder falsch berechnet? Bitte nicht. Nicht schon wieder. Oh, der ist gut. Ist perfekt. 100. Der 192. Hä? Oh. ETF. Wie viel Schaden du gemacht hast. Also das war gut, dass ich nicht nochmal die Richtung geändert habe. Ist das falsch? Da ist mich irritiert. Ich hätte noch Spider. Disco Ball. Mit Spider habe ich eigentlich immer Pech, aber ich probiere es mal. Ich ballere gleich Frösche rein. Hä? Oh lol. Was macht er denn? Was macht er denn? Ja. Wow. Hä? Und der andere? Hä? Habe ich auch nicht verstanden. Hat der andere... Gar nichts gemacht? Nee, der hat keinen Erdbeben gemacht, ne? Nee. Verstehe nicht. Ich auch nicht. Nee, ich mache die Frösche. Und... Ja. Genau da getroffen, wo ich treffen wollte. Und es macht mal Schaden. Oh. Aber deins nicht, oder? Na doch. Na doch. Na doch. Ein wenig. Da war jetzt Disco Ball. Tötest du den Typen? Hast du irgendwas? Ähm, warte. Ja doch. Dürfe ich schaffen. Ja wehe, wenn nicht. Dann macht der dann Schaden. Obwohl, kann ich ein Erdbeben machen? Oh lord, er killt sein Maid. Oder? Nee. Hä? Hä? Oh nein. Als ob. Oh, ich dachte schon. Oh, hey. Oh man, der Arme. Oh, schön. Ja, ja, ja. Komm, komm. Oh, sehr gut. Ja. 42 Schaden. Naja. Den einen Jungen haben wir. Ja, was hast du denn noch so starkes? Ähm, ich hätte noch, ähm, ja, den Driller hab ich, einen Megapixel, ähm, Quicksand und mehr nicht. Mach einfach einen Pixel, oder? Ja. Aber ich hab keine Ahnung, ob ich treffe. Okay. Pixel! Ja. Oh, ich treffe beide. Ja. Das sah cool aus. Ja. Äh, davon gibt's, denk ich mal, auch einen dritten Schuss. Hast du den schon mal gesehen? Nee, noch nie. Oh, oh. Und, und, trifft er? Nee. Hat der Typ schon mal Schaden gemacht? Glaube nicht, oder? Nee, null. Nee. Null. Was zur Hölle? Warte, ich, ich hol mir das Paket. Ja, ich mach einen Driller. Okay, ich mach einen, ich mach einen Shadow einfach, komm. Ja. Meganuke. Ja. Nein, ich hab einen Meganuke bekommen. Okay. Dann bewerte den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. 存 Tschüss. Vielen Dank.